So, in der letzten Folge haben wir ja bei diesem Hard-to-Handle-Event ordentlich aufs Mäulchen bekommen von Bugatti Veyron. Da sind wir mit dem F1 gefahren, dem McLaren F1. Diesmal wähle ich mal den Agera. Aber das ist echt unglaublich schwer, diesen Bugatti Veyron 16.4 zu stoppen. Vier Minuten haben wir dafür Zeit für Goldzeit. Letztes Mal hat er uns ja ausgenockt. Aber waren wir auch schon leicht über der Zeit. Also dieses Event hat es wirklich in sich, muss ich sagen. Und könnte noch sehr interessant werden. Nun gut, mal sehen, was wir hier noch draus machen können. Aber schwer wird es auf jeden Fall. Vier Minuten haben wir Zeit für 15.000 Kopfgeld hinzustellen. Aber ihr werdet jetzt sehen, der hat unglaublich viel Leben. Also Lebensenergie. Und wir dürfen wirklich eigentlich kein einziges Mal in das Nagelband fahren. Weil dann ist schon die Hälfte unseres Lebens finito weco. Also das wird witzig. So, da haben wir den Kerl. Denen sollten wir jetzt nochmal richtig an die Wäsche gehen. Dem Bugatti Veyron. Wir im Königseck Agera. So, er fährt nach außen. Okidoki. Soll er ruhig machen. So. Straßensperren sind da. Er fährt richtig schön durch. Boah. Und wir auch irgendwie. Das wäre ja nicht so nice. Einmal IMP haben wir zur Verfügung. Das sollten wir auch gut einsetzen. Auf einer Geraden bestmöglich. Und wir wissen, er hat viele Nagelbänder in petto. Und kann die auch sehr, sehr klug einsetzen. So, wenn er jetzt nicht in die Abkürzung fährt, würde ich ihn fertig machen. What? Wo geht die denn lang, die Abkürzung? Shit. Boah, da hat er sich gut von uns abgesetzt. Das fängt ja gleich super an. Jo, Straßensperren killt ihn. Sind wir jetzt weit weg. Heilige Mutter Gottes. Da hat er uns richtig fett gelingt. Jetzt können wir eigentlich nur noch erstmal... Sehr nice. Jetzt können wir eigentlich erstmal nur auf Fehler seinerseits hoffen. Um uns da irgendwie nochmal ranzufisseln. So, da ist die Straßensperre. Der Heli fliegt auch fleißig mit ihm mit. Ja, interessant. Jetzt sollten wir aber erstmal so schnell wie möglich wieder rankommen. Nicht so. Alter, wie sieht unsere Lebensanzeige schon wieder aus? Das können wir eigentlich schon wieder vergessen, ey. Wie heftig unsere Lebensanzeigen einfach mal erhält. Wie heftig unfair das ist. Wie viel Leben er hat und wie wenig wir. Aber wir sind eben relativ am Ende des Spiels. Es wird wirklich... Fast schon unschaffbar. So, da haben wir den Herrn endlich mal. Und da... Haut er uns gleich ein Nagelband in Le Fresse. Den Lufttreffer kriegen wir irgendwie nicht. Nee, du wirst schon im EMP bleiben, Kollege. Bam! EMP-Treffer. So, wie fährst du jetzt, Kollege? Das musst du mir schon sagen. Ja, wir sind wieder im kritischen Zustand, ey. Nee, nee, nee. Das müssen wir leider nochmal probieren. So wird das nix. Aber heftig dieses Event. Heftig, heftig, heftig. Und ja, ich bin gespannt, wie das machbar sein soll. Nun gut. So, gleich mal fortfahren und gleich nochmal probieren. Das ist jetzt schon der dritte Versuch, aber alle guten Dinge sind drei. Ich muss einfach aufpassen, dass er mich da nicht linkt. Er linkt mich nämlich immer gerne. Und der hat unglaublich viel Leben. Also, dass ich ihm immer schön permanent zusetze, die Straßensperren geschickt einsetze. Dann können wir das hier schaffen. So. Der wird gleich erstmal in die Abkürzung gehen. Da können wir noch vorbeifahren. Aber bei der zweiten Abkürzung müssen wir aufpassen. So, er hat schon eingerammt. Aber das wirkt sich leider nicht auf seine Lebensanzeige aus. So, jetzt warten wir hier mal auf ihn. Boah, der wurde heftig weggehauen. Aber auch wir sind da leider reingefahren. Das war dumm von uns. Also am Anfang sollten wir eigentlich immer hinter ihm bleiben. Zack. Jo. Das ist aber nicht so schlimm, wenn der beschädigt ist. So, aufpassen auf den Nagelbänder. Bams. So, jetzt fährt er wieder da lang. Jetzt müssen wir Vollspeed geben. Dann werden wir mal wieder nicht aufgepasst. Eli, du sollst nicht auf mich gehen. Du sollst auf diesen hässlichen Verdächtigen gehen. Verdächtiger ist in der Fluchtphase. Okidoki. Das ist nicht gut. Und was, der entkommt? Boah, das läuft ja echt super. Straßensperre, halte ihn jetzt auf. Der ist nicht so weit weg. Der ist gar nicht so weit weg. Was heißt denn, er ist in der Fluchtphase? Da vorne ist er doch. Na bitte. Boah. Das läuft ja schon wieder toll hier. Straßensperren, ich hätte euch gerne. Ja, soviel dazu. Kommunikation wird umgeleitet. So, der Hedli hat es nicht gepackt. Ja, ich müsste mal meine Systeme wieder rebooten. Danke. Ja, die gehen ganz nach außen, diese hässlichen Nagelbänder. Ich kriege die Krätze hier. Ja. Und wir sind jetzt schon wieder stark beschädigt. Das ist natürlich mal wieder sinnbildlich. Jetzt haben wir ja fast kein Leben mehr. Und können es eigentlich schon wieder vergessen. Lufttreffer bestätigt. So, jetzt sind wir den mal richtig schön reingefahren. Neue Abkürzung gefunden. Auch interessant. Willi rufen. Jetzt dürfen wir nicht mehr auf sein Nagelband reinfallen. Wo willst du denn langen Täubchen? Bams. Bams. So. Jetzt hol ich mal IMP ran. Was schlingert der denn da auch so rum? Bams. Na bitte. Es geht doch. Boah. Das war eine schwere Geburt. Gestellt. Na bitte. Diesmal sowas von in Goldzeit. Gute Arbeit, Officer. Aber echt. Das war bis jetzt der härteste Verdächtige zum Stellen, wie ich fand. Aber beim vierten Versuch haben wir es dann noch gut hinbekommen. Vierter war es, glaube ich. Hoho. Gut. Und. Das war interessant. So. Jetzt soll es aber auch Fettpunkte hier geben. Bitte. Ja, das sieht gut aus. Auszeichnung, Fahrkönnen, Verfolgerfähigkeiten, Anwendung von Gewalt, persönliche Bestleistung, Spitze der Speedwall. Das läuft doch. So. Was haben wir denn jetzt so für Rase-Events? Hier haben wir eine Hetzjagd. Und hier haben wir ein Rennen. Aber ich würde gerne nochmal das hier oben probieren. Big Timber Forest. Bull Run. Weil das ist recht kurz. Passt noch gut in den Part rein. Und ja, da können wir es nochmal probieren. Hier mit dem Muschielago Super Veloce. Da hatten wir es schon mal in einer der letzten Folgen probiert. Sind ja doch recht kläglich gescheitert. Ich hätte jetzt natürlich auch die Hetzjagd machen können. Aber ich habe jetzt nochmal Bock auf dieses Bull Run Event. Und genau das werden wir jetzt auch nochmal machen. So. 3,25,00. Das Event war eigentlich nicht so schwer. Ihr seht hier an der Zeit, wenn ihr den Part nicht gesehen habt. Wir liegen nur mal 0,018. Also 1,800 über der vorgebenden Zeit. Das ist eigentlich nichts. Und deswegen sollte das doch jetzt möglich sein hier. Diese Zeit nochmal rauszuholen. Hoffe ich doch. Sehr. Mann, Mann, Mann. Jetzt vielleicht mal etwas ruhigeres Fahrerlebnis nach dieser heftigen Folge eben. Nun gut. Ich bin gespannt. Wie das hier wird. So. Mit Full Speed durchziehen. Auf die Höchstgeschwindigkeit hoch. Und noch viel höher. So muss das. So, dann seht ihr auch das Ergebnis an der Speed Wall. Und hier sind wir erstmal sehr gut durchgekommen bisher. Schön um die Kurve ziehen. Genau. Nice. Dann auch hier ums Kürfchen. Und jetzt ein bisschen Nitro für die... Ja, Grades ist glaube ich gleich sammeln. Hier in Löabkürzungen rein. Unter der Brücke entlang. Boah, es ist hier aber auch verdammt dunkel. Bei diesem strömenden Regen, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt hier das Licht ausschalten, sehen wir gar nichts mehr. Deswegen werde ich das auch mal nicht machen. Und... Ja, mal sehen, wie es hier weitergeht mit uns. Ach verdammt, das Nitro hätte ich mir eigentlich aufsparen können. Wenn nicht sogar sollen. Für die nächste Gerade. So, hier aufpassen. Da haben wir nämlich letztes Mal durch solche dummen Fehler, haben wir nämlich letztes Mal unsere Topzeit nicht hinkriegen können. Denn es sah eigentlich die ganze Zeit gut aus. Und dann am Ende haben wir es irgendwie verbockt. Nun gut, wir chillen hier ein bisschen im Gegenverkehr, beschleunigen ein bisschen. Und können jetzt auch mal ein bisschen Nitro geben. Genau so. Just like that. So, nochmal ein bisschen beschleunigen hier. Ja, wir werden leider nicht ganz so schnell. Da sind wir ein bisschen schlecht weggekommen. Boah, ist aber auch ein heftiges Gewitter hier auf der Garten. Und... Ja, die Musik hört man fast gar nicht. Bei dem Sound, dieses schnellsten Lamborghini, der je gebaut wurde. Super Veloce Muschielago. Naja. Aber der Mond ist da. Batman ist da. Hier in seinem Batmobil mehr oder weniger. Und dieses Mal sieht es doch schon ein ganzes Eckchen besser aus. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt wirklich mal hin. So. Hier ums Eck gezogen. Dann läuft das. So. Und wenn es richtig gut läuft, können wir vielleicht sogar noch ein Event, das wir vorher nicht hinkriegt haben, in dieser Folge ranhängen. Dann wird die ein bisschen länger, aber dann schaffen wir wenigstens mal was. Hoffe ich. In dieser Folge. Nämlich ein Cop-Event, das wir auch nicht geschafft haben, mit einem Verdächtigen. Denn wenn wir das jetzt hier gut und schnell durchziehen, dann sollten wir das eigentlich noch mit reinbekommen. So. Hier durch die Abkür zu. Und rausbeschleunigen. So. Jetzt hier in dieser Kurve aufpassen. Oh. Irgendwas ist mit den Servern gerade los. Was weiß ich, was da los ist. Du bist nicht mit den Autolog-Servern verbunden, kam man gerade. Da gibt es ja mal diese kleinen Bugs. Aber gut. 0,7 Kilometer noch. Nochmal alles geben. Jo. Und diesmal sollte es deutlich besser passen. So ist es auch. Deutlich besser schaffen wir diese Zeit. Und landen auf Rang 1. Nice. Gold erhalten. Und das ist genau der, mit dem wir gefahren sind. Das trifft sich ja super gut. Der schnellste Lamborghini aller Zeiten. Das war jetzt nur eine Testfahrt. Unverkennbar puristisch. Der schnellste Lamborghini, den es je gab. Den sind wir gerade gefahren und schalten jetzt auch für die freie Fahrtwahl. So. Und ich gucke mal kurz, was mit den Autolog-Servern ist. Und bin gleich wieder da. So. Da sind wir auch schon wieder verbunden. Und jetzt machen wir hier Natural Selection. Probieren wir nochmal auf Gold. In dieser Folge hauen wir die ganzen nicht geschafften Events raus. Mit dem McLaren F1. Und ja. Wir müssen hier einen Verdächtigen stellen. Und mal sehen, ob wir das schaffen. Letztes Mal waren wir, glaube ich, 12 Sekunden drüber. Aber am Anfang dieser Folge hatten wir es ja schon mit einem heftig ausgerüsteten Verdächtigen zu tun. Das heißt, jetzt könnten wir das sogar vielleicht nochmal erneut hinkriegen. Hoffe ich doch. Und ja. Mal sehen. Vier Minuten sollen wir dafür benötigen, um die Gold-Zeit rauszukriegen. Ich überspringe das Geplänkel hier gleich mal und starte direkt in dieses Event rein. Drei Events in einer Folge. Wann hatten wir das zuletzt? Der andere fährt auch im McLaren F1. Also wir können uns hier nicht über zu schlechtes Auto beschweren. Und jetzt kann er das auch mal überspringen, hier das Gedöns. Mann, 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 Mann. So. Ja. Drei Nagelbänder, drei Helis, drei Sperren. Ne, zwei Nagelbänder sogar nur. Das dürfte interessant werden. Wir sind sehr schnell down, sag ich jetzt mal. Also wir sind sehr schnell out of Leben. Im Gegensatz zu den Verdächtigen. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal richtig anstrengen. So. Heli gerufen. Und eine Straßensperre gerufen. Sie sollte dem Herrn ein bisschen zusetzen. So. Nice. Da haben wir ihn schon mal ein bisschen angeditscht. So. Und jetzt hier mal durchgehen. Zack, dem kann er nicht mehr ausweichen, diese Nagelwand. Das war gut getimed. Fängt gleich gut an hier. So. Der Heli wartet auch gleich schon mit dem nächsten Nagelband. Lufttreffer. Nice. Das läuft ja richtig gut. So. Heli. Du wartest auf ihn. Ich werde auch ein Nagelband ablegen. Oder auch nicht. Du Ratte. Bams. Bams. Boah, das ging jetzt schnell. Oh, viel besser als beim letzten Mal. Wir brauchten die ganzen Waffen gar nicht. Da haben wir ihm gut gegeben. Und das sollte auch den Goldrang garantieren. Eine Minute 08. Ich glaube, einmal hatten wir 52 Sekunden. Aber auch das hier war schon recht gut. Und ja. Natural Selection. Da haben wir den Verdächtigen in der Superzeit gestellt. Damit drei Events in dieser Folge auf Gold geschafft. Zwei nachgemacht. Ein neues. Und sogar noch ein Level Up. Das läuft ja wirklich grandios. Sergeant 2 sind wir jetzt schon. Ich freue mich. Fahrkönnen gibt das auch richtig fett. 10.000. Fert Folgerfähigkeiten. Anwendung von Gewalt. Persönliche Bestleistung. Spitze der Speedwall. Und ein Level Up. Glückwunsch, Officer. Du wurdest befördert. Wieder einmal. Seacrest County Police. Die Partnerin. Mr. Crazy. Ohne. Officer seit dem 11. Nacht 2012. 103 Verhaftung. Und wir sind jetzt Sergeant 2. Und unser Einsatzfahrzeug ist momentan der McLaren F1. Aber jetzt bekommen wir ja noch ein neues Fahrzeug dazu. Und zwar den Aston Martin 177. Den kennen wir schon aus mehreren Raser-Events. Jetzt auch für die Cops. 1,3 oder fast schon 1,4 Millionen Dollar, wenn man es aufrundet. Das ist doch richtig geil.